Ey Weasen, du sollst zum Dünnerstand kommen. Warum denn? Weil deine Mutter sich nicht mehr dreht. Boah, ist das assig. Das ist assig. Damit gehen wir doch glatt rein, würde ich sagen. Ja, super. Herzlich willkommen zurück auf dem... Scheiße! Ah ne, alles okay. Alles kein Problem. Ganz ruhig. Dozer ist wieder da. Hallo, welcome back to the flight. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ähm, heute gibt es mal ein bisschen Battle Royale mit Weasen, Dozer, Sawyer und der Sifo ist auch am Start aus dem Fighter Command. Sagt mal hallo. 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 Wir brauchen jetzt hier zuerst die Nase zu brei. Wir haben uns jetzt mal hier alle so die Savers unterhalten. Ich wollte mehr Squadron Battle machen, aber es ging leider nicht. Da war keiner zu finden. Jetzt müssen wir es ein Battle Royale machen. Äh, irgendwer schießt hier auf mich. Ich... Ja, es kann... Oh, Mist! Das passiert zuweilen, habe ich gehört, ne? Ah! Es soll vorkommen im Krieg. Oh, die Leute lecken weg. Ich sagte ihm, wer dir helfen hier. Komm her! Oh, hier ist ja Saber Inflation. Äh, die haben schon sehr viel gemacht an der Saber. Also wir haben jetzt besseres Rollverhalten. Schilde sind jetzt auch da. Ich habe sogar Mentes ranbauen können. Also jemand... Hier nochmal kurz für die Leute, die es mir nicht glauben wollen. Da. Vier, es heißt drei Mentes. Gatlingern. Ordentlich Wumms. Wiesen ist ja ein Übertreiber. Der muss ja sein. Der Penner hat mich erschossen. Na warte. Und sie stoppt halt wahnsinnig schnell ab, ne? So, Leute. Ich möchte gerne ein Ziel aussprechen. Prelator Pie ist Mode. Bin schon dran. Geilo! Oh, oh. Aber er hat mich entdeckt. Das ist wiederum nicht so schön. Sifo! Geil! Ah doch, ich habe jetzt ein Radar. Hat nur einen Moment gedauert, bis er es gemerkt hat. Äh, die Mentes sind bei den Pips sehr weit unten. Ich sehe, das Schiff nicht mehr ist feindlich, wenn ich schießen will. Und jetzt überhitzen sie auch noch. Aber Schaden machen sie. Ich knabber hier jetzt die ganze Zeit. Okay, seit wir angefangen haben, an einer Horne droben. Ich wollte nur sagen, die Badger sind wunderschön. Wie hat er denn das gemacht? Ey, ich habe nicht einen einzigen... Ach, der hat mit einer Tarantula geschossen. Okay, hm. Er rammt gleich den Asteroiden. Oh. Okay, Narva Larange ist übrigens mit Tarantulas bewaffnet. Oh, oh. Mein Antrieb fällt aus. Oh, da hat sich jemand tot gerammt. Ich steig aus. Ich teste meinen Schleudersitz. Oh, er funktioniert. Ja, das ist jetzt noch nicht so viel Performance bei mir. Aber ich bin Fixraff noch überhaupt nicht gewöhnt. So. Gut. Ich kann mal direkt aussteigen, denn meine Antriebe sind da ausgefeilt. Warum auch immer. Das ist ja eine Show hier. So. Und da fahren die Mentes in Position und ich bin wieder drin. So, ich spiel jetzt hier grad ein bisschen Chicken. Halt so mit Replikante Ingen. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Gut. Ja, irgendwie ist das gar nicht so unterhaltsam, ne? Wenn wir dich... Ich hab ihn! Oh, dank. Dankeschön. Ich bin grad auf Jack the Ripper. Oh, sag mal. Irgendwer hat sich hier gerade voll an mich dran gehäftet. Wo ist er die Sau? Da ist er. Jack the Ripper will das wissen. Ja, auf dem bin ich auch drauf. Gut. Dann machen wir das zusammen. Teilweise Down und das Gelb. Oh, scheiße. Er hat mir halt nen Badger abgerissen. Er hat dann das gemacht. Oh, oh, oh. Ich treibe führerlos. Ich glaub, ich steig mal aus. Ich treffe nichts mit den Pixwaffen. Aber er macht nichts. Premature Ejection. Was soll denn das heißen? Ja. Das ist ja nur Premature Ejection. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oder er hat mich. Wir haben uns gegenseitig. Aber das ist ja geil, ne? Wer zu früh abspringt, den bestraft das Spiel. Ja. Ging raus. Okay, Leute. Wir schaffen das. Wir sind gut. Ist ja ein tierisches Hauen hier gerade, oder? Ja, ja. Und vor allem alle mit Saber. Das macht's halt sehr schnell, ne? Das Battle. Das ist ein bisschen sehr... Oh, man muss echt aufpassen mit Rammen von Feinden auch. Oh Gott. Er ist von mir rückgeflogen. Ich war's aber glaub ich nicht. Ja, Oto ist auch wieder da. Geh ich jetzt mal. Da war der Asteroid. Nicht so schön. So, Nava, mein Freund. Jetzt kriegst du die Scheiße zurück von vorhin. Ich hab einen. So, Naruto. Genau. Sehr gut. Also, man kann's ja an die Gatlings schon gewöhnen. Man darf halt nur nicht so im Straven. Oh, hab ihn! Ja, es geht schon schnell. Ist convenient so, mit dem Schaden. Aber ob das so bleibt. Daga geht auf dich gewesen. Daga geht auf dich. Danke. Ich hab Jack the Ripper an mir dran. Oh. Jetzt nicht mehr. Der ist halt gerade gestorben. Savra. Oh, jetzt überhitzt du meine ganzen Waffen. Alles überhitzt. Oh Gott. Ich hab ihn voll erwischt. Oh, er ist down. Ach du Kacke. Raus, 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 raus. Danke. Oh, mein Antrieb fällt aus. Warum? Warum fällt mein Antrieb aus? Ja, und Voodoo ist auch an mir dran. Oder Bodo irgendwo. Und mein Antrieb fällt aus. Und mein Antrieb fällt aus. Ja. Oh, oh. Ich glaube, der Energiegenerator hat auch noch einen Backindel. Weil einfach die Antriebe ausfallen. Hm. Ja, probier wieder Energie auf die Preise. Hab ich schon. Jetzt kommen sie langsam wieder. Aber auch sehr langsam. Ich muss mehr mit Feuerstößen arbeiten. Stell ich fest. Kann ich einfach nur draufziehen? Ha. Ja, sonst hab ich halt zu viel Hitzeproduktion hier. Ich könnte mit Voodoo vier Hilfe brauchen. Ja, auf dem bin ich. Na gut. Vorsicht, ich schieß mal ne Voodoo. Ich bin ein Nager. Weiserer. Ach shit. Oh, ne. Jetzt haben sie hier beide. Na gut. Zwei Leute. Einmal die Asteroiden geküsst. Keine Beute. Scheiße. Also die Tempest treffen kaum, ne? Die Saber. Hab ich auch die Erfahrung gemacht, ja. Die Locken brauchen ewig bis sie gelockt sind. Die locken zwar, aber... Ja, die brauchen ewig bis sie locken. Ja, da treffen sie nicht. Wahrscheinlich sind sie zu langsam. Wow. Man, das ist bei den Geschwindigkeiten... Bei den Geschwindigkeiten echt mal ein gefährliches Spiel hier, ne? Es ist relativisch echt blöd, halt so Richtung Planet anzugreifen. Man sieht einfach gar nichts mehr. Ja. Na komm jetzt, ey. Papa braucht ja auch mal einen Abschuss. Sifo, wie läuft's denn jetzt? Wir müssen den jetzt mal hier langsam... Ja, der ist grad auf. Der kommt schon wieder. Okay. Wo die ich mir jetzt von hinten? Aus irgendwelchen Gründen ist anscheinend mein Antrieb wieder ausgefallen. Und auf Energie auf die 3, ey. Ja, ich bräuchte nochmal Hilfe, ey. Guter Tipp. Danke. Ja, meine Waffen sind halt gerade umhitzt. Ich geb mein Bestes. Na, endlich, ey. Savra ist platt, so. Den haben wir jetzt hier, Jack the Ripper. Das ESP braucht doch Gibbelt-Waffen, um zu funktionieren, ne? Kann das sein? Ja. Ja, muss es ja, sonst kannst du ja nicht nachrichten. Mhm. Das merk ich jetzt halt im Joystick schon sehr. Warum verfolgt mich eigentlich hier so eine fliegende Tonne? Äh, die mag ich. Scheiße, gerade. Oh, ey. Ah, Mist. Er ist rot. Tifo, ja, ich bin auch... Auch kleinrot, ne? Ich bin gleich weg. Wieso krieg ich ne Suicide-Penalty, wenn ich abgeschossen werde? Ja, das ist ne gute Frage, die hatte ich auch schon. Ich muss aussteigen, tut mir leid, Tifo. Führen wir denn wenigstens? Oder einer von uns? Also ich ganz bestimmt nicht. Ja, du bist Zweiter. Ich bin Zweiter. Wer ist der Erste? Ist ja wahrer. Oh, die letzte... Da war in der letzten Runde auch schon so. Ja, ja. So. Na gut, ich könnte es nicht. Na gut, ich könnte es nicht. Da, ich sehe die Tonne hinter dir übrigens. So, ist es deine Tonne? Ha. Anscheinend. Das ist deine Tonne? Zumindest hat sie sich in mich verliebt. Ja, die mag dich. Die Leute läuft dir jetzt nach bis nach Hause. Scheiße! Oh, ey, aber das Ding strafet ja wirklich wie ein Monster. Kann ich da... Kann man wohl den letzten Moment noch irgendwie ausweichen. Ich hoffe, ich kann dich zerschellen an der Tonne. So fehlt dein Glück. Kann ich wieder Check the Ripper? Ich bin halt Predatorie oder wie der heißt. Predatorie? Oh! Oh Gott, wir sind zusammen explodiert. Das... Jetzt war ich zu dicht dran, glaube ich. Ob es jetzt die Tonne war oder ich weiß es nicht. Sie hat auch eine Speed, ne? Also 390 ist der Wahnsinn. Ja, es ist teilweise echt schwer bei Astroidenfeldern so sich zurechtzufinden. Mit dem Speed, ey. Das Schöne ist halt jetzt hier zwischen den ganzen Saber muss man sich um Raketen echt keine Sorgen machen. Nö. Und das Rollen ist viel besser geworden. Ja. Viel viel besser. Hamstergeil. So, hier... Ich nutze nochmal die Chance hier, aber kurz... mein Mette-Setup hier zu zeigen. Boah, ey, diese Tonne erschreckt mich immer wieder ein wenig. Ich glaub, der zieht auch die Tonne hinterher, der Predator Pie. Die Sau! Ah, er hat mich! Ne, Savara hat mich. Mit einer Neutronen-Kanone. Das ist aber nicht die feine englische. 1 zu 6, oh weia, ist ja furchtbar. Das gibt ja wieder Kommentare. Naruto! Hoi! Oh! Das ist nicht mein Fall mit diesen schweren Waffen. Ne, aber ich liebe dieses Schiff, ey. Das ist ja der Wahnsinn, wie die fliegt. Wunderschön. So, Jack the Ripper hab ich hier. Navara, Voodoo. Oh, sorry, ja, ja. Wollt ihr schon Raketen-Kreffer geschafft? Nö. Ich versuch's die ganze Zeit, aber... hm, hm. Ich hab ja extra vier CS-Raketen eingepackt, aber die scheinen irgendwie auch keine besondere. Ja. Ja, dann eine Gleit zwei, mal die versuchen. Oh, 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 oh. Jetzt hab ich mich zu Tode gerammt. Okay, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier, das geht ja gar nicht mehr klar. Aber nur ein bisschen. Oh, ey, dieses glühende Display. Ich weiß nicht, dieses Hatz halt gegen den blauen Planeten ist immer wieder ein... Ich bin auf dem Ripper. 9 Minuten 10, 40, ja. Da müssen wir mal ein bisschen was reißen hier, meinste? Na gut. Wir müssen mal die Action ins Spiel bringen. Ich geh mal auf Naruto. Ja. Boah, ey. Ich hab grad angesprochen. Das ist ja total kacke. Und er hat Tarantulas und ich hab diese ultra verzögerten Mentes. Boah, ey, ich bin schon wieder Yelp. Ich geh auch auf das Mikrofon, sehr geil. Nur Scheiße. Oh, 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 oh. Die Tarantula gehen auch durch wie Butter, ne? Ja. Durch die Schilde. Oh, kacke, er hat mich getroffen. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Hei, 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 das war aber... Premature Ejaculation, was soll denn das? Wer ist hier so früh gekommen, hä? Hä? Stimmt doch gar nicht. Also ich meine, ernsthaft halt ne Penalty zu kriegen, weil man rechtzeitig abspringt, also das find ich ja wohl ne Frechheit. Okay, die Tempest hat ihr getroffen, aber sie hat keinen Schaden gemacht. Was? Okay, halten wir fest, die Tempest ist gerade ein Nutzungsstück Schrott. Und meine Waffen überhielt sind, drei. Braucht jemand Hilfe? Ja, ich, Naruto wär gut. Okay, Naruto auch schon. Jetzt hat mich Planet Butterfly erwischt. Mit M6... Der hat M6A Laser an dem Ding dran? Ach, das ist ne Warden, okay. Hm, das ist keine Sabre. Warte mal, ich versuche ihn weiter in die Herze ziehen ein bisschen, ja? Das war jetzt bekannt. Boah, jedes Mal wenn ich versuche seine Silhouette zu öffnen, halt's Drifter wirklich gegen, der ist gar nicht so blöd. Oh shit, was ist denn das jetzt schon wieder? Sehr gut. Ich kann auf einmal nicht mal manövrieren vernünftig, schwimmt total. Raus. Aber jetzt ist er glaube ich, er hat er abgedreht, ne? Ich greife ihn jetzt an. Ich komme, ich komme, ich komme. So, jetzt komm mal einmal, ein Volltreffer und er ist hin. Der hat ihn ganz gut gerade. Ja, wir haben ihn. Ja schön. Wir haben ihn. Sehr gut. Das hat funktioniert, unser Manöver hat funktioniert. Das sah super aus. Du von links? Ne, du von rechts, ich von links. Mike, Mike Light, würde ich sagen, ne? Ja, ich folge dir. Hab ihm ziemlich was mitgegeben, ist ne Hornet. Ah, ich bin leider down. Schade. Mike Light, sieht aber auch nicht mehr gesund aus. Ja, hab ihn. Das war jetzt ein voller Koppeltreffer mit meinen vier Mantis. Sehr schön. Ripper. Ne, ist gut, ne? Na, wenn sie treffen, dann wächst da kein Gras mehr. Ich bin auch an Ripper dran. Meine Pips rutschen halt dahin, wo die MFDs sind, ja. Das ist schon ein bisschen absurd. Ich gehe auf Naga. Ja, der schießt mich gleich ab, glaube ich. Jetzt steige auch noch meinen Antrieb schon wieder aus. Ja, das kenne ich. Dann fängt man so an rumzuschwimmen, ne? Mit Ripper könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja, bin ja dran. Ich zieh ihn weg. Versuch ihn mal ins Kreuzfeier zu nehmen. Ja, bin dran. Oh, wilder. Schwer hat er mich getroffen, leider. Bist du down? Ne, ich fliege noch. Ich greife ihn jetzt an, jetzt hat er von mir abgedreht. Ich behacke die ganze Zeit, aber irgendwie kommt er von mir durch. Die Badger sind echt zu schwach. Ja. Ich bin jetzt an ihm dran. Ja, zeig mir deine Breitseite. Komm. Ich zieh ihn ein bisschen. Oh, Mann, oh Mann, ey. Spätzchen. Der fliegt gut. Der fliegt gut. Muss man ihn wirklich lassen, ne? Shit! Ah, bin am Astrohin hängen geblieben. Na komm jetzt. Wo ist er? Oh, Jackie Boy. Ist ja an mir dran. Warum das denn? Der ist an dir dran. Vorsicht jetzt. Ähm. Ich markiere ihn halt immer, aber irgendwie nützt es halt überhaupt nichts, ne? Naja, und ich hab das Problem, er ist ja einfach zu sch... Jetzt hab ich ihn voll erwischt gerade. Komm, komm, komm. Jetzt haben wir ihn gleich, jetzt haben wir ihn gleich. Ja, jetzt steigen meine Waffen wieder aus. Sieh, Sieh, Sieh! Scheiße! Ich hab mich überschossen. Ja, komm jetzt. Er ist rot, er ist rot. Er ist rot, komm. Wir kriegen ihn. Ah, ficken! Er hat mich abge... Er hat... Sie haben Doser getötet! Diese Schweine! Die Schweine! Jetzt ist an mir dran. Sifo! Ja, ich helfe euch. Ich bin jetzt ins Feuer. Ich bin jetzt voller Wischschneider, aber ich bin noch drinnen. Jetzt schnapp ihn dir, ich flieg rückwärts. Wo ist er hin? Ab. Schnapp ihn dir, Sifo! Schnapp ihn dir! Ja! Ja, ja! Erstmal können vorlachen! Meine Waffen sind wo erhitzt! Egal! So, Jackie Boy! Komm, jetzt kann ich sein, dann müssen wir doch jetzt... Zeig dir deine Unterseite! So ist recht! Ich hab ihn! Hab ihn! Verdammt nochmal! Ich hab dich gerecht, Doser! Ich steig aus, ich steig aus! Raus mit dir! Sehr schön! Ich bin raus! Aber irgendwer willst ja auch gerade wissen! Sag mal so, ich hätte lieber leichtere Gatlings, die dann halt gegimbled sind. Gatlings sind schon geil, die machen Spaß! Ist auch vom Flayer halt geil, ne? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Und schon wieder Jack the Ripper ey! Bitte nicht! Der Voodoo hat mich erwischt! Aber auch mit dem Badger, Peter! Wie hat er das denn gemacht? Oh Gott, ein Astrid! Jeder Blick aufs Highscore ist gefährlich. Ja, Weasen, dein Saber sieht schon ganz geil aus, halt mit den ganzen Gettlings. Siehst du den? Oh, Jack the Ripper fokusset mich. Sifo? Ja. 5.000 entfernt. Wir haben noch 3 Minuten, Jungs. Wo ist das denn? Ja, Sifo, du kannst es noch schaffen. Einen Kill, dann bist du gleich mit Savara. Ja, ich hab ihn getroffen gerade. Ziemlich heftig sogar. Okay, auf. Schilde sind weg von ihm. Oh Gott. Oh, das sind Raketen, die gehen rein. Ja, Schild, oh, Sifo ist down. Forced Ejection habe ich bekommen. Der muss down sein, ich hab eine Forced Ejection bekommen. Oh nein. Das Spiel ist gecrasht. Ja, bei mir auch. Aber komplett. Ausnahmefehler. Oh, ja, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt bleibt der ganze Server hängen. Das Schöne ist, dass alle sich die Zeitlupe bewegen gerade. Ja, ich hab auf jeden Fall ein Strandbild. Ich auch. Ja, dann würde ich sagen, war's das halt so für heute halt so. Ja, liebe Freunde, das war's für euch vom Crash Academy Channel. It's a PTU, alright. Also dementsprechend, wir machen hier noch fleißig weiter Beta-Testing halt für die nächste Alpha, wie das klingt. Anyways, liked uns, disliked uns und schreibt uns in die Kommentare halt so, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr sehen habt, was ihr nicht sehen wollt. Oder halt, äh, abonniert unseren Kanal. Oder ganz bestimmt wollt ihr unseren Kanal abonnieren, das ist ja voll gut, wenn man uns abonniert. Und, ähm, bei Patreon könnt ihr uns halt direkt unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ähm, ja, hoffentlich seid ihr nächstes Mal wieder dabei. Und, äh, Weasen, Dozer, Sawyer und, äh, Sifo sagen euch jetzt, See you on my deck! Das wird jedes Mal besser. Bis zum nächsten Mal.